Mohammed, neben ihm. Tayyib. Und jetzt neben, damit wir auf einmal machen oder einzeln machen, die Brüder auch, die Sache ist so, wenn man den Islam annehmen möchte, dann muss man Glaubensbekenntnis bestätigen und dann muss man dieses Bekenntnis auf Arabisch sagen, ich sage vor und ihr sagt nach. Erstmal aber bitte, damit wir unsere Pflicht gemacht haben, hat jemand dich zum Islam gezwungen? Nein. Warum willst du den Islam annehmen? Das ist der einzige richtige Weg. Hat jemand dich zum Islam gezwungen? Nein. Warum willst du den Islam annehmen? Das ist der einzige Weg. Okay. Das ist eine Einbahnstraße. Das bedeutet, es gibt kein Zurück mehr. Wenn du den Islam annimmst, dann kannst du nicht jetzt nach ein paar Monaten sagen, das hat mir nicht gefallen, ich mache was anderes. Ist euch bekannt diese Sache? Ja. Ja. Tayyib, jetzt sag mir nach. Ich sage Lukas. Und dann nach. Ja, bitte. Okay, nachher. Mach mir. Mach mir. Okay. Ich erinnere. Illa Allah Wa Ashadu Anna Mohammedan Rasulu Allah Allah Du bist Muslim geworden Bitte Möge Allah von dir annehmen Du bist unser Bruder im Islam Du bist für uns neu geboren Und inshallah nimmst du auch nur den Vornamen Dann später Jetzt kommst du bitte Bleib neben ihm bitte Auch dasselbe Wir machen das jetzt Ashadu Allah Ilaha Illa Allah Wa Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Rasulu Allah 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 Vielen Dank.